Wir sehen jetzt erstmal hier den Mitte-Push mit Granaten, aber er wird gut abgefangen vom Blitz-K.O. Dreimal schlägt er jetzt zu. Den einen Spieler hat er noch. Hat er geholt, sehr schön von Blitz. Ist jetzt aber alleine im 1 gegen 2. Zieht den Kill an der AWP, wunderschön. Und kann jetzt vermutlich die Bombe einfach legen. Hat noch 40 Sekunden auf dem Map. Er hat wahrscheinlich einen Nate. Also eine perfekte Nate kann ja auch den Kill holen. Oh, oh, oh. Oh, da ist die Nate. Oh, 5 HP. Ein Spieler noch onside, wird mit dem gerechnet, ist die Frage. Oh, oh, was war das denn? Eieiei, was ein Shot. Man weiß ja nie, von Deagl ist es noch nie sicher. Ein paar Deagl-Shots können auch mal connecten. Aber 900 macht das hier ziemlich. Fake-Mitte. Und drei Kills ziehen. Gelder ist, zack, was wie. Was flipsen, macht das einfach solide. Hier noch ein Kill durch die Smoke. Ja, den erwischt jetzt noch durch die... Nee, doch nicht. Oh, flipste. Macht wieder viel Schaden. Ja, der ist absolut auf, Engel, aber piekt rein. Boah. Ja. Django rechnet sogar mit Tom da. Und zieht einfach komplett durch. Boah. Die grenzen ein bisschen. Oh. Ja. Auch bei UID. Die hat ein ganz, ganz böses Timing. Die könnte genau faden, dass Flips sie noch den... ...kriegt, aber nein. Er ist durchgegangen. Er denkt auch, dass Kiralex auf der anderen Seite ist. Nee. Und natürlich die Folgerunde. Die sind dann natürlich auch mit dabei. Kiralex war direkt mal mit einem geilen Molly. Also, die. Bis zum nächsten Mal.